Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Ich freue mich ganz doll, dass du deinen Weg hier gefunden hast und ich bin heute total belustigt. Ich weiß nicht, weshalb es mich so belustigt, aber ich habe mir gerade meinen Geburtschart angeschaut. Also ich habe so einen kleinen Zettel, wo meine Tierkreisaspekte draufstehen und das belustigt mich gerade total. Ich weiß nicht, was es ist. Also wenn du dich für Sternzeichen näher interessierst, ich bin leider nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Aber schau gerne mal bei meinen Kolleginnen vorbei. Ich persönlich liebe in dieser Hinsicht auch die Legungen von Kati von Earth Eleven. Wenn ich daran denke, verlinke ich es unterhalb des Videos, aber vielleicht kennt ihr sie einfach auch schon. Wunderbare Frau, ganz herrlich. So, also, wie dem auch sei. Also wen es jetzt interessiert, ich bin Löwe, Aszendent Schütze, Mond im Skorpion. Und dann noch so einige andere lustige Dinge. Und ich habe das Gefühl, heute irgendwie in einer feurigen Kraft zu sein. Hier mit den Steinböcken. Die habe ich im Mars, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Also stur bis zum Umfallen. Zwei verschiedene Energien prallen vielleicht heute aufeinander. Ich weiß nicht, warum es mich jetzt gerade so interessiert. Ja, die Königin der Stäbe. Hier noch mehr Feuer. Noch ein bisschen mehr Feuer mit Löwe, Schütze. Die hohe Priesterin. Oh Mann. Und den Ritter der Schwerter. Nehmen wir noch eine. Ja, und die Acht der Stäbe. Also, ihr Lieben. Auf der Unterseite des Decks die neun Kelche. Darauf läuft es dann hinaus. Was ich hier so sehe, ist eine Situation, wo du als Zuschauer, du kannst männlich wie weiblich sein. Ich spreche immer aus der Perspektive einer Frau heraus, die auf einen Mann schaut. Einfach, weil es leichter ist und wir tatsächlich zu über 92% hier Frauen sind. Aber ich schätze auch meine werten Herren sehr, die immer wieder dabei sind und auch immer ganz liebe Kommentare schreiben. Du als Zuschauer und Zuschauerin. Jetzt hätte ich fast ein Sternchen. Oh Gott. Was ist denn heute für ein Tag? Du bist in dieser Energie. Königin der Stäbe, hohe Priesterin, alter Falter. Du hast doch alles, was du brauchst in deinem Inneren. Du bist stark. Du hast Zukunftsvisionen. Du hast Feuer unter dem Hintern. Du machst hier nur die Beine breit, wenn du aufstehen willst, um Dinge zu erledigen. Du machst das nur aus deinem Höchsten Selbst heraus, was du tust. Du gehst deinen Weg in Leidenschaft mit Antriebskraft aus der Herzenergie heraus, so wie deinem Solarplexus Chakra und aus der Anbindung zu deinem Höheren Selbst heraus. Du wirst dich hoffentlich hier heute nicht auf Machtkämpfe mit Menschen einlassen, die einfach nur vor sich hin blöken. Wenn hier einfach solche Bergziegen auftauchen, die immer und immer wieder dich dazu auffordern, mit ihnen Machtspielchen zu spielen, die du vielleicht auch einfach nur verlieren kannst, weil sie nicht nur eine gespaltene Zunge haben, sondern auch gespaltene Hufe und damit jeden kleinen Scheißberg hochkommen, heißt das nicht, dass du dich hier dieser Situation hingeben musst. Du musst nicht in Machtkämpfe verfallen, die einfach vollkommen sinnlos sind für dich und deine Zukunft. Versuche das auszuschließen, abzuhaken und dich nicht negativ beeinflussen zu lassen von Fremdenergien. Dasselbe haben wir hier auf der anderen Seite mit dem König der Schwerter. Ich nehme das als Energie wahr von jemandem, der so tut, als hätte er mit den 8 der Stäben, als hätte er Informationen für dich. Das kann sein, dass dir jemand versucht, hier etwas zu verkaufen. Also ganz platt, oberflächlich. Es kann eines von diesen 1 Milliarden Coaching-Angeboten sein, die dir irgendwas über Selbstliebe vorschwafeln wollen in einem Videokurs. Und du sollst dann da 10 Stunden sitzen und dir anhören, dass es doch sowieso alles nur deine Schuld ist, wenn dein Leben nicht funktioniert. So jemand könnte das sein. Es kann auch jemand aus deinem Umfeld sein oder aus der Arbeit heraus. Es kann sein, dass hier jemand kommt und immer und immer wieder versucht, hier so auf einer intellektuellen Schiene deine Arbeit abzuwerten oder auf einer intellektuellen Schiene sich über dich lustig zu machen oder auch einfach mit seinem falschen Weltbild so tut, als hätte dieser Mensch ganz, ganz, ganz krasse Anbindungen nach oben. Oder als würde er das nur aus der reinen Selbstliebe heraus machen, aus einer Opferungshaltung, aus einer Guru-Haltung heraus, dir wohlwollend und so herablassend irgendwie Informationen zukommen lassen. Das kann jemand sein, der auch auf Klatsch und Draht steht und immer wieder kommt. Der sieht eigentlich, dass du deine ganzen Sachen ja gut machst. Ja, du bist hier mit dir selbst irgendwie im Reinen und wo du nicht im Reinen bist, daran arbeitest du und eventuell bist du dabei zu weit nach außen sichtbar. Kann gut sein, dass du zu viel Preis gibst im Endeffekt und deswegen eine Projektionsfläche bietest. Das ist halt so, umso mehr man nach außen zeigt und heutzutage ist es ja so krass, was man alles nach außen zeigen kann und ständig und immer wieder. Und dabei kann man sich auch krass blamieren, wenn man natürlich immer aus dieser Energie hier raus handelt, indem man absichtlich streitige Themen nach außen präsentiert. Ja, indem man Spielchen spielt, auch Social-Media-Spielchen. Ich unterstelle dir jetzt als Zuschauer nicht, dass du das tust, aber es gibt nun mal Energien, die machen das. Und vielleicht fühlst du dich manchmal dazu hingerissen, auch so ein bisschen Salz in die Wunden zu streuen, sodass hier jemand immer wieder angefixt wird, auf dich zuzukommen. Kann gut sein, muss es natürlich aber auch nicht. Wie immer sind allgemeine Orakel allgemein und sie müssen nicht mit dir komplett übereinstimmen und es wäre auch sehr merkwürdig, wenn sie es jeden Tag tun würden. Aber spüre nicht rein, ob du tatsächlich hier so solche Klappsparten um dich herum hast oder einen, der immer wieder versucht, dich aus deiner Erhabenheit und aus deinem höheren Selbst herauszuschmeißen und dich in irgendwelchen intellektuellen oder verbalen Kampf zu verwickeln, der eigentlich für dich überflüssig ist. Denn du könntest diesen Menschen überspringen, weil du hast die Anbindung nach oben. Eventuell wirst du auch mehr Botschaften aus der geistigen Welt empfangen, wenn du diesen Menschen auf stumm stellst oder ausschließt oder blockierst oder entfreundest oder was auch immer du da machen kannst, wer auch immer es ist, wo du eine klare Grenze ziehen kannst und sagst, so Freundchen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn du mir was zu sagen hast, dann nur noch per E-Mail oder wenn du mir was zu sagen hast, dann nur noch über meinen Anwalt. Ich weiß ja nicht, was zwischen euch steht, aber irgendwie darfst du hier den Handlungsspielraum dieses Ritters der Schwerter einfach begrenzen. Du darfst hier jemanden limitieren, der dich immer wieder versucht, in einen Streit hineinzuziehen und immer wieder versucht, dich dazu zu bringen, eine Meckerziege zu werden, der dich immer wieder versucht, in einen Zustand zu bringen, wo du dich verrückt verhältst und ausrastest. Negative Aspekte der Königin, der Stäbe, zu feurig. Schmeiß nicht mit Tellern nach diesem Menschen, wirf nicht dein Handy aus dem Fenster, sondern lass diese ganze Scheiße an dir abperlen. Stell dir vor, dass du in einem riesigen, großen Ei bist. Dieses Ei kann eine blaue Schutzhülle sein, dieses Ei kann weiße, reine Energie enthalten, so wie der Bergkristall in den letzten Tagen auch angezeigt hat. Diese Schutzhülle, in der du lebst, ist dein Habitat, das ist dein Lebensraum und die darfst du nach außen hin auch unsichtbar machen. Du könntest sie nach außen hin verspiegeln, sodass man von außen nicht mehr reinschauen kann, was in deinem Inneren los ist. Du könntest so eine Art Glitzerperl-Muthülle haben, wo dann, wie gesagt, diese ganze Gülle und Jauche, die da eventuell auf dich projiziert wird, energetisch einfach von dir abperlt oder von deinem Außensystem abperlt, ohne dein Herz zu berühren, sodass du nicht immer verletzt wirst. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, hier diesen Zustand zu wählen, der Neuen Kelche. Du wählst den Zustand der absoluten Friedfertigkeit, nicht unbedingt die Stärke der Königin der Stäbe. Ich weiß aber, aus der Hohepriesterin heraus, kannst du dein Temperament in gesunde Bahnen lenken, in produktive Bahnen lenken, wenn dich jemand mit Scheiße bewirft. Ganz ehrlich, dann nutze das als Dünger für das, was dir gut tut. Manchmal ist es einfach so. Da kommen Probleme vom Außen, jemand versucht, irgendwas an dich ranzutragen und du merkst, okay, nee, damit gehe ich nicht mehr in Resonanz. Auf diesen Ex-Partner springe ich nicht mehr an. Diese unverschämten Forderungen vom Chef mache ich nicht mit. Ich mache jetzt nur noch, was hier wirklich einen höheren Aspekt hat. Irgendetwas, was wirklich fruchtbaren Boden hat. Und diese Probleme, die im Außen auf mich zukommen, die nutze ich für mein Wachstum. Die nutze ich als Lernerfahrung, um weiterzugehen. Das ist natürlich auch absolut so eine Löwe- und Schütze-Einstellung. Ich hoffe, du kannst damit wirklich in Resonanz gehen, zu sagen, ja, da gibt es Energien, die sind mir vielleicht nicht wohlgesonnen, aber ich muss mich ja nicht ständig damit abarbeiten. Oder ich mache halt das, was gemacht werden muss. Ich stelle mich hier auch dem Kampf, wenn es sein muss. Aber ich weiß, dass ich dann höchstwahrscheinlich immer und immer wieder aus Überheblichen oder zu impulsiven Energien heraus handeln könnte. Es kann gut sein, dass du hier heute vielleicht auch über das Ziel hinaus schießt, wenn du nicht aufpasst, sodass du am Ende so wirkst, als wärst du der verrückte Part in dieser Situation. Weil diese Energie, das Ritter, der Schwerter, die hier wirklich wie ein Klotz am Bein ist, es kann sein, dass dieser Mensch genau weiß, wo du zu treffen bist. Dieser Mensch weiß vielleicht genau, wo er dir wehtun kann. Und deswegen macht er es. Der weiß alle acht Punkte, die dir wehtun. Da ist vielleicht dein Geld, ein Kindheitstrauma, deine Arbeitsstelle, deine Unsicherheit über deinen Körper, deine Kinder, deine finanzielle Lage, keine Ahnung. Oder einen anderen Menschen, in den du verliebt bist. Und dieser Mensch versucht, das kaputt zu machen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich kann ja nicht genau in dein Leben jetzt hineinschauen. Aber fall nicht darauf herein. Sei hier krass wachsam. Wenn da jemand ist, der versucht, deine Knöpfe zu drücken, der versucht, dir einzureden, dass du schuld bist an allem, was schiefläuft, der versucht, dich immer und immer wieder hier aus deiner Lebensfreude herauszuziehen oder vielleicht auch dir dein Liebesleben kaputt zu machen, dann gib diesem Menschen nicht so viel Zeit und Raum und Projektionsfläche dafür. Mach deine Sachen für dich. Mach deine Sachen im Privaten. Mach sie hinter verschlossenen Türen und geschlossenen Fensterläden. Es geht niemandem etwas an. Du darfst dein Liebesleben geheim halten. Du darfst deine Projekte geheim halten. Du darfst deine Hobbys geheim halten. Du musst nicht jemanden, der nicht von dir ausgewählt worden ist, in deinem inneren Zirkel zu sein, irgendetwas von dem offenbaren, das dir lebensspendende Energie gibt. Weil wenn du diesem Menschen verrätst, was dich glücklich macht, wenn du diesem Menschen verrätst, womit du dich beschäftigst, wenn du diesem Menschen verrätst, wie du dich wirklich fühlst, dann kann es gut sein, dass dieser Mensch hier, auf den wir hier heute schauen, das immer und immer wieder nutzen wird, um dir dein Leben zur Hölle zu machen, bloß um zu gucken, wie du über seine Stöckchen springst. Weil eigentlich ist dieser Mensch hier von sich selbst gelangweilt. Denn du bist viel mehr damit beschäftigt, dein Leben zu verbessern und auf eine neue Stufe zu bringen und dich selbst aufzubauen oder wertzuschätzen, was auch immer es ist. Und diesem Menschen geht das einfach auf den Sack. Ja, dem geht es auf den Sack, dass es dir so gut geht ohne ihn oder ohne sein Drama oder dass er nicht mehr weiß, was bei dir los ist oder weil er vielleicht gesehen hat, dass du einen neuen Partner hast oder die Möglichkeit hast, in eine andere Firma zu wechseln, wo du besser bezahlt wirst. Vielleicht wirst du deswegen versucht, in der Firma zu irgendwie festgehalten zu werden oder so, wie auch immer. Lass dich nicht auf Machtspielchen ein, die völlig sinnfrei sind. Wenn du eine Entscheidung triffst für dich und dein Leben, für dich und dein Licht und deine Wahrheit, dann darfst du das in einem so kleinen Kreis machen, dass du die Außenränder dieses Kreises auch tatsächlich im Blick hast. Ja, dein Zirkel darf sehr klein sein. Man sagt ja auch, wenn man ganz, ganz viele Freunde und Bekannte hat, dann ist das kein Zeichen dafür, dass man wirklich tiefe Verbindungen hat. Weil wenn du eine tiefe Verbindung hast, dann brauchst du dafür auch Zeit und Raum. Und das ist wichtig, dass dann alle Beteiligten auch mit da sein wollen. Dementsprechend halte dein Zirkel klein, halte dein Liebesleben so privat wie möglich und lass dich nicht darauf ein, dich von irgendwem erniedrigen oder runter machen zu lassen, bloß damit diesem Menschen nicht so schrecklich langweilig ist in seinem eigenen Leben. Gut, ihr Lieben, das war es ja auch. Belassen wir es heute dabei und ich hoffe, dass es ein richtig krass produktiver Tag für dich wird, wo du am Ende des Tages sagst, wow, ich klopfe mir hier selbst auf die Schulter, ich bin nicht in Fallen getappt, ich bin nicht über Stöckchen gesprungen, sondern ich habe genau das gemacht, was für mich, mein Leben, meine Weiterentwicklung, meine spirituelle Entwicklung, meinen Körper und meine Seele und mein Geist das Beste ist. Und das Wort habe ich schon lange nicht mehr benutzt, das Gute ist. Denn Gut ist nicht steigerbar. Es gibt nicht Gut, Guter am gutesten und das Wort Besser und am besten ist eigentlich nicht so sehr in meinem Sprachgebrauch vorhanden. Aber vielleicht ist es an der Zeit, das aller, aller Gutes herauszuholen, was du hier schaffen kannst. Das, was für dich gut ist, das, was für dich wahr ist und das, was für dich schön ist. All die tugendhaften und spaßigen Dinge, ja, Sonnenschein, Liebe, Lachen, Tanzen, Orgasmen, alles ist hier für dich möglich, wenn du aufhörst, anderen Menschen Zugang zu deinem heiligen Tempel zu geben, die dort nichts verloren haben. So, jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Wer mag, darf auch gerne meine kostenlose Arbeit hier unterstützen mit einer Spende oder eine persönliche Kartenlegung buchen auf meiner Homepage. Du findest die Möglichkeit, hier auch Kanalmitglied zu werden. Wenn du magst, schau auch gerne dort vorbei und unterstütze mich einfach ein bisschen, damit ich hier weiterhin meine Arbeit machen kann. So, genau, das war's. Wenn du magst, sehen wir uns vielleicht morgen früh wieder und auf meinem Zweitkanal gibt es heute noch eine weitere Liebeslegung, ein R&D-O-Orakel für all diejenigen, die vielleicht noch mal genauer in die Liebe reinschauen wollen. Ciao! Ciao!